Sieht aus wie Paula. Nicht ich, sondern mein Gemälde. Irgendwie haben das ganz viele geschrieben. Das ist Paula und das ist mein Gemälde. Lasst uns herausfinden, ob es aussieht wie Paula. Ich analysiere das jetzt mal richtig. Ich wollte es echt am Anfang nicht wahrhaben, aber zum Beispiel die Nase sieht echt schon ähnlich aus. Haarfarbe und Augenfarbe haut auch irgendwie hin. Bitte schreibt mir mal, was ihr denkt dazu.